Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal vom Gamebit Hero. Es geht hier eigentlich um gar keine großartige Neue, also nix Neues im Prinzip, sondern ich möchte einfach nur meinen Kanal der Woche Format wiederbeleben mit neuen Kandidaten, einfach neuen Videos. Ich möchte das wieder hier ein bisschen pushen, das Kanal der Woche Format soll wiederkommen. Es ist halt eben ein bisschen Vergessenheit geraten, aber es war sehr beliebt bei euch. Es hatte sehr, sehr viele Aufrufe und auch viele Kommentare. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal kleinere Kanäle zu sehen, zu finden, auch mal über den Tellerrand hinaus zu schauen, was es so denn auf YouTube für Kanäle gibt. Da kann sich von mir aus jeder bewerben, der möchte. Es muss kein Gamer sein, es muss kein irgendwas sein. Hauptsache, ihr macht YouTube-Videos, ihr seid aktiv, also dass ihr auf jeden Fall regelmäßig Videos hochladet und nicht mit einem Kanal kommt, der seit einem halben Jahr kein Video mehr hochgeladen hat und alle drei Monate mal eins hochladet. Also das muss dann nicht sein. Dann einfach brauche ich zwei Kanal-Links oder Video-Links von euch und eure Namen und so weiter. Füllt einfach das Formular aus, das findet ihr direkt hier unten in der Videobeschreibung. Der erste Link führt euch zu diesem Formular. Ausfüllen, alle Fragen und Punkte einfach beantworten, absenden und dann könnt ihr auch eventuell schon der erste Kanal der Woche sein. Ich weiß noch nicht, wann ich genau mit dem Format anfange. Ich lasse es jetzt erstmal ein bisschen laufen, bis ich so ein kleines Puffer habe an Anmeldungen und dann schaue ich mir die Kanäle an. Wer würde sich denn für die erste Folge empfehlen und so weiter und so weiter. Und dann kommen nach und nach alle, die sich bewerben, dran. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, füllt es aus. Abonniert den Kanal, um auf dem Stand zu bleiben und auch informiert zu werden, wann ihr dran kommt. Ich werde euch auch mal gucken, ob ich euch entweder eine Nachricht schreibe oder euch andersweitig kontaktiere, das ihr gerade gewonnen habt, indem ich zum Beispiel euer aktuellstes YouTube-Video kommentiere. Aber es wäre natürlich sehr schön zu sehen, wenn ihr bei Erscheinen des Videos seht, oh Gott, das ist ein Video von mir. Ich bin dran, schaue es mir an und kommentiere einfach mit einem Danke oder so. Und dann, ja, das würde mich schon sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim Kanal der Woche Format. Oder ihr seht euch selber oder andere sehen euch und ihr seht andere, so wie auch immer. Ja, ich sollte aufhören zu reden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim neuen Kanal der Woche Format. Ich freue mich, wir sehen uns. Bis dann und tschüss.